Es ist Anfang November und damit ist es an der Zeit, mal wieder auf den aktuellen Bundestrend zu blicken. Und dieses Mal interessieren wir uns für den Zeitraum vom 22. bis zum 31. Oktober. Und mit anderen Worten hat dieses Video den Stand des gestrigen Dienstags. Ja, und wir sehen hier, dass fünf Umfrageergebnisse für dieses Video eine Bedeutung haben. Allerdings ist dieses letzte Umfrageergebnis hier von der Wahlkreisprognose dunkelrot eingefärbt, weil es für die Berechnungen keine Rolle spielt. Denn die Wahlkreisprognose ist das einzige Meinungsforschungsinstitut, das zurzeit auch ein Ergebnis für das Bündnis Sarawagenknecht zumindest in diesem Zeitraum angeführt hat und angegeben hat. Und ja, dieses Ergebnis mit in die Berechnungen zu nehmen, würde eben das Gesamtergebnis verzerren. Und deswegen habe ich mich entschieden, euch das Ergebnis zwar von der Wahlkreisprognose zu zeigen und wir können nachher auch nochmal genauer drauf schauen, aber für die Berechnungen sind nur die vier oberen Umfrageergebnisse von Bedeutung. Also wir müssen noch ein bisschen warten, bis alle Meinungsforschungsinstitute auch Werte für das Bündnis Sarawagenknecht angeben. Dann können wir eben mit dem Bündnis Sarawagenknecht auch rechnen. Momentan müssen wir eben noch ohne das Bündnis Sarawagenknecht hier Berechnungen machen. Ja, wie dem auch sei, schauen wir doch jetzt mal, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und blicken wir dazu erstmal nur auf die Ergebnisse von Vorsaer, Innser, Kanter und Allensbach. Und da sieht man ganz klar, dass die Unionsparteien auch in diesem Monat vorne liegen. Mit 30,4 Prozent liegt die Union auch deutlich besser da als im letzten Monat, also beim letzten Stand der Dinge, den wir uns angeschaut haben. Es ging 3,4 Prozentpunkte nach oben im Vergleich eben zu Ende September. Und das liegt meines Erachtens vor allen Dingen daran, dass die CDU in Hessen eben bei der Landtagswahl sehr gut abgeschnitten hat und davon jetzt auch profitieren kann auf Bundesebene. Wenn wir uns die Werte im Detail anschauen, dann sehen wir allerdings eine relativ große Streuung. 28 Prozent sind es bei Kanter, 34 Prozent sind es bei Allensbach. Das ist ein 6 Prozentpunkte Unterschied. Man muss allerdings sagen, dieses Ergebnis von Allensbach, das tendenziell eher aus der Reihe als das von Kanter. Diese 34 Prozent sind deutlich höher als eben diese anderen drei Ergebnisse hier, die wir sehen können. Insofern haben wir im Schnitt 30,4 Prozent und können mal sagen, die Union liegt so in dem Bereich von 30 Prozent. Laut Kanter und Forsa etwas drunter, bei Insa ganz knapp drüber. Ja, und bei Allensbach ist es sogar deutlich drüber. Was man aber sagen kann, egal welches Meinungsforschungsinstitut man betrachtet, die Union hat eigentlich einen sehr soliden Vorsprung auf Rang 2. 7 Prozentpunkte sind es bei Forsa, das ist der geringste Vorsprung. 9,5 Prozentpunkte sind es bei Insa, 8 bei Kanter und 15 bei Allensbach, das ist es am größten. Also egal, ob jetzt 15 oder 7 Prozentpunkte, man kann relativ sicher sagen, dass die Union aktuell auf Rang 1 kommen würde, wenn gewählt werden würde. Die AfD wiederum, die würde sich Rang 2 holen. Das ist auch ein eigentlich solider zweiter Rang zurzeit, wenn man sich die Vorsprung anschaut auf die jeweils drittplatzierte Partei beziehungsweise drittplatzierten Parteien, dann ist es so, dass die AfD 7 Prozentpunkte Vorsprung bei Forsa auf die SPD hat, 4,5 Prozentpunkte sind es bei Insa auf die SPD, 4 Prozentpunkte sind es bei Kanter auf SPD und Grüne. Ja, und nur bei Allensbach ist das ein bisschen enger mit 2 Prozentpunkten Vorsprung auf die SPD. Aber insgesamt muss man sagen, sieht es doch so aus, als würde die AfD doch ganz klar Rang 2 holen. Und die Werte, die liegen zwischen 19 und 22 Prozent, also tendenziell so um 20 Prozent und etwas über 20 Prozent, im Schnitt sind es 20,5 Prozent. Und damit würde die AfD dann erstmals auf Bundesebene zweitstärkste Kraft werden, wenn jetzt gewählt werden würde. Gehen wir weiter zur nächsten Partei, das ist die Partei des Kanzlers. Die SPD, die kommt auf 16,1 Prozent, dann nochmal etwas nachgegeben im Vergleich zum letzten Monat, also zum Ende September besser gesagt. Und ja, mit 15 bis 17 Prozent liegt die SPD auch deutlich unterhalb des Ergebnisses der letzten Bundestagswahl. Also der dritte Rang ist zumindest einigermaßen sicher, denn die Grünen sind in der Regel nicht besser als die SPD oder gleichauf. Nur bei Kanter gibt es eben einen Gleichstand. Ansonsten hat die SPD einen Prozentpunkt Forschung bei Forsa, zweieinhalb Prozentpunkte Forschung bei Insa und vier Prozentpunkte Forschung bei Allensbach. Also sieht so aus, als könnte die SPD Rang 3 holen. Allerdings bedeuten diese 16,1 Prozent im Schnitt auch, dass man, wenn das das Wahlergebnis wäre, einen neuen historischen Tiefstand erreichen würde bei Bundestagswahlen. Also so gut läuft es nun auch wirklich nicht für die SPD. Und man sieht ja auch, im Vergleich zur letzten Bundestagswahl geht es deutlich nach unten. Und ja, auch im Vergleich zur letzten Bundestagswahl hat man eben keinen Vorsprung mehr auf die Union, sondern man hat jetzt über 14 Prozentpunkte Rückstand auf die Union. Also da hat sich innerhalb von jetzt etwas mehr als zwei Jahren deutlich etwas gewandelt in der Stimmungslage, in der Bevölkerung. Also die SPD, die hat 15 bis 17 Prozent und liegt kurz gesagt auf Rang 3, knapp vor den Grünen, die wiederum nicht mehr auf Rang 3 kommen würden wie bei der letzten Bundestagswahl, sondern nur noch auf Rang 4, so wie es aussieht. Die Grünen haben 13 bis 14 Prozent, im besten Fall 16 Prozent. Sie haben also Werte, die so um das Wahlergebnis herumliegen vom letzten Mal. 14,0 Prozent sind es im Schnitt. Das sind auch nur 0,8 Prozentpunkte Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Aber man muss bei den Grünen ganz klar festhalten, auch sie waren eben im Laufe der Legislaturperiode schon mal stärker gewesen und hatten viel bessere Werte. Sie sind dann eingebrochen und jetzt sind sie eben auf ein Niveau zurückgefallen, wo sie schon das letzte Mal in etwa waren. Laut Allensbach und Insa sieht es so aus, als würden die Grünen ein bisschen mehr an Verlusten hinnehmen müssen als 0,8 Prozentpunkte. Bei Forza ist man nur leicht unterhalb des Ergebnisses der letzten Wahl und bei Kanter wären es immerhin leichte Zugewinne im Schnitt, sind es aber leichte Verluste. Ja, und nach den Grünen kommt dann noch der dritte Koalitionspartner der Ampelkoalition, das ist die FDP und die tänzelt momentan um diese 5-Prozent-Marke herum. Die FDP hat im letzten Monat, also im Oktober, doch nochmal ein bisschen was abgegeben. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern liefen auch nicht gut und ja, im Bund läuft es jetzt eben deswegen unter anderem auch nochmal schlechter oder läuft es auch aufgrund dieser Wahlergebnisse nochmal schlechter. 5,1 Prozent im Schnitt bedeutet, dass die FDP nur noch ganz knapp im Bundestag vertreten wäre. Bei Forza, Kanter und Allensbach sind es 5 Prozent, also wir müssen auch davon ausgehen, dass wenn jetzt gewählt werden würde, die FDP es womöglich nicht in den Bundestag schaffen würde. Nur bei Insa sind es mal etwas mehr als 5 Prozent, aber auch nicht viel mehr, 5,5 Prozent. Bei der Wahlkreisprognose übrigens mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht sind es auch 5,5 Prozent. Also die FDP hat eigentlich nur Werte, die irgendwie mit einer 5 beginnen und dann entweder mit 0,0 enden oder mit 0,5 enden. Also so gut läuft es tatsächlich für die FDP nicht und im Vergleich zu der Bundestagswahl würde man auch deutlich einbrechen und mehr als die Hälfte des Stimmenanteils verlieren. Ja, und dann haben wir hier noch die Linke, die liegt bei 3 bis 5 Prozent. Die 5 Prozent sind allerdings die positive Ausnahme. In der Regel kann man sagen, die Linke scheint es nicht in den Bundestag wieder zu schaffen. Und bei den sonstigen Parteien sehen wir auch noch gerne mal Werte für die Freien Wähler angegeben. Das sind so 3 bis 4 Prozent, das würde aber auch nicht für den Einzug in den Bundestag reichen. Ja, jetzt können wir noch auf das Wahlkreisprognosenergebnis schauen und dann sehen wir, dass da die Union, wenn es das Bündnis Sarah Wagenknecht gibt, nicht so besonders stark wegkommt mit 26,5 Prozent. Allerdings müsste man dieses Ergebnis von der Wahlkreisprognose auch mal vergleichen mit dem Ergebnis ohne Bündnis Sarah Wagenknecht bei der Wahlkreisprognose, weil wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, das sind jetzt zum Beispiel 2,5 Prozentpunkte weniger als bei Forsa. Deswegen bricht die Union noch ein bisschen ein. Wir müssten mal wissen, wo stand die Union eigentlich vorher bei der Wahlkreisprognose. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig für dieses Video. Wir sehen, die Union würde immer noch auf Rang 1 kommen. Dann würde die AfD kommen, unterhalb aber von 20 Prozent. Dann kommt die SPD auf Rang 3 mit 15,5 Prozent. Und dann könnte das Bündnis Sarah Wagenknecht bundesweit auf Rang 4 kommen mit 13 Prozent, knapp von den Grünen mit 12,5 Prozent. Und die FDP, die wird vom Bündnis Sarah Wagenknecht wahrscheinlich nicht ganz so groß tangiert, hätte dann 5,5 Prozent und könnte es in den Bundestag schaffen, die Linke dagegen eben nicht. So, jetzt schauen wir aber nur auf den Schnitt der vier oberen Umfrageergebnisse und vergleichen das mit dem letzten Bundestagswahlergebnis. Dann sehen wir, dass aktuell die AfD und die Union die größten Gewinner wären. Plus 10,2 Prozentpunkte bei der AfD, plus 6,3 Prozentpunkte bei der Union. Die sonstigen liegen 1,4 Prozentpunkte besser und bei den Verlierern haben wir ganz leicht die Grünen, minus 0,8 Prozentpunkte. Die Linke hat minus 1,1 Prozentpunkte. Und dann haben wir die größten Verlierer hier, die FDP, minus 6,4 Prozentpunkte und die SPD, minus 9,6 Prozentpunkte. Zusammengerechnet, das kann man ja auch mal gerade machen, verliert die Bundesregierung also im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 16,8 Prozentpunkte. Also das ist natürlich ein massiver Bedeutungsverlust, Vertrauensverlust und zeigt auch eben, dass die Stimmung nicht gerade pro Ampel ist, aber das zeigen ja sehr, sehr viele Umfrageergebnisse auch, dass die Ampel keine gute Bewertung bekommt. Und das sehen wir hier eben auch bei diesen Umfrageergebnissen auf Bundesebene. Verglichen mit dem letzten Video, da haben wir auf den Zeitraum vom 21. bis zum 30. September geschaut, ist es so, dass die Union ein deutliches Plus jetzt stehen hat, plus 3,4 Prozentpunkte. Da ging es eben massiv nach oben. Wie gesagt, vermute ich mal, dass die Landtagswahl in Hessen vor allen Dingen da eine Rolle spielt. Das hat der CDU gut getan, nicht nur in Hessen, sondern eben dann auch bundesweit. Deswegen auch dieses große Plus. Die sonstigen liegen einen Prozentpunkt im Plus. Und ansonsten sehen wir hier nur Verliererwerte. Die Grünen minus 9,3 Prozentpunkte haben im Prinzip das Niveau gehalten des letzten Videos. Die Linke hat 0,6 Prozentpunkte verloren, die AfD 0,8 Prozentpunkte. Und SPD und FDP haben jeweils über einen Prozentpunkt verloren, genauer gesagt 1,2 und 1,5 Prozentpunkte. Jetzt schauen wir mal auf die Sitzverteilungsprognose und die Koalitionsoptionen. 630 Sitze gibt es ja aufgrund der Wahlrechtsreform künftig im Deutschen Bundestag. 316 sind zur absoluten Mehrheit nötig. Die SPD würde 118 Sitze holen, die Grünen 102. Der Südschleswigische Wählerverband kriegt nach wie vor von mir diesen einen Sitz, den sie auch aktuell haben. Sie sind ja als Minderheitenpartei der Dänen von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen. Das heißt, sie müssen die 5 Prozent haben, um an Sitze zu kommen. Die FDP holt 37 Sitze, die Union 222 und die AfD 150. Ja, schauen wir mal auf die Koalitionsoptionen. Da gibt es zwei grün markierte, Union und SPD könnten zusammen regieren oder eben neu in diesem Fall am Ende vom Oktober Union und Grüne. Die konnten eben davor einige Monate lang nicht zusammen regieren, zumindest nicht mit absoluter Mehrheit eben alleine. Das heißt, Union und Grüne verfügen neuerdings über eine absolute Mehrheit. Das heißt, die Jamaika-Koalition ist nicht mehr nötig für die Union, um die SPD zu vermeiden. Ja, also die Union hat, das kann man tatsächlich sagen, die Qual der Wahl, wenn jetzt gewählt werden würde und sie könnte sich relativ sicher fühlen, denn die SPD hat tatsächlich keine realistische Chance, den Kanzler nach der Wahl weiterhin zu stellen. Die Grünen haben es sowieso nicht, wenn sie schlechter sind als die SPD. Das heißt, für die Union ist die Situation eigentlich ganz komfortabel. Ja, die Ampel, sagen wir auch mal ein paar Worte dazu, ja, die hat nur noch 257 Mandate, wenn man das so hochrechnet. Und das sind dann doch knapp 60 weniger, als man zur absoluten Mehrheit bräuchte. Also die Ampel ist momentan ein gutes Stück entfernt von der absoluten Mehrheit im Parlament. Ja, wir schauen uns nochmal einen zweiten Fall jetzt an, nämlich, was wäre, wenn die FDP es nicht in den Bundestag schaffen würde. Dann sehen wir, dass die SPD 125 Sitze hätte, die Grünen 109, der SSW bleibt mal bei diesem einen Sitz. Die Union hätte dann 236 Sitze und die AfD 159. Und ja, ändern würde sich nichts an den Koalitionsoptionen. Im Gegenteil, Union und SPD und Union und Grüne würden dann über eine größere absolute Mehrheit verfügen. Das heißt, ob jetzt die FDP mit im Bundestag ist oder nicht, würde zumindest aufgrund der Schnittwerte, die wir hier sehen, keinen Unterschied machen bei den Koalitionsoptionen. Ja, und den Fall mit der Linken war 5%, den habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Könnte man natürlich auch mal interessenshalber machen, aber die Linke ist doch tendenziell eher unter 5% zu finden. Und das habe ich jetzt eben mal so gemacht, dass ich jetzt nicht diesen Fall auch noch berechnet habe. Ja, das soll es jetzt mal wieder zu diesem Video gewesen sein, zu diesem aktuellen Bundestrend. Und ja, so setze ich jetzt abschließend einen Punkt.